Mit über 280 Ausstellern ist die Food & Life in München der Treffpunkt für Genießer. Sokrates soll schon eins gesagt haben, dass schlechte Menschen nur leben, um zu essen und zu trinken. Die guten aber, essen und trinken, um zu leben. In diesem Sinne bietet die Food & Life exquisite, traditionelle, handwerklich erzeugte Spezialitäten aus ganz Europa an. Olivenöl in Spraydosen, wie kommt man auf so eine Idee? Das ist keine Spraydose, sondern Olivenöl, modern und vor allem auch gut verpackt. Ich würde sagen, einfach mal probieren, so ein Löffelchen auf die Hand. Mh, ist gut. Mein Favorit ist auf jeden Fall der Schokorausch. Kalorien ungefähr. Die Kalorien hauen wir nicht mit auf die Messingnummer. Lunch Vegas, hat das irgendwas mit Las Vegas zu tun? Ja, die Idee war, dass wir den Leuten spielerisch in einem Automaten gutes Essen näher bringen wollen. Und Spielen und Automate war Lunch Vegas näher dran. Einfach mit vielen Mineralstoffen, die uns über den Tag helfen, ja, Energiehaushalt einfach wieder hochpushen. Also für harte Arbeitstage eine lange Party nicht. Genau. Seien Sie mit dabei auf Messeblick TV. Auf Wiedersehen. Das war's. Luxemmutter comolare. Mit mir vom